Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Danke, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Der Advent. Eine wunderbare Zeit, finde ich, im Jahr. Diese Wochen vor Weihnachten, gemütlich, heimelig. Ja, das ist eine schöne Zeit. Aber wenn ich im Moment in die Medien gucke, dann ist das nicht mehr so weit her mit diesem schönen Gefühl, was da im Moment los ist in der Wirtschaft. VW, Ford, ThyssenKrupp, Stahl. Überall sind Arbeitsplätze gefährdet. Und den Menschen ist bestimmt jetzt gerade nicht nach Feierlaune zumute. Die Frage ist, was hilft in solchen Krisenzeiten, wo alles in Frage gestellt wird? Und wo man um seine eigene Existenz natürlich fürchten muss? Ich habe neulich einen Satz in einem WhatsApp-Status gefunden, ein Zitat. Das habe ich mir gescreenshottet und jetzt habe ich es wiedergefunden. Und ich dachte, ja, genau das ist es, was wichtig ist in Zeiten, die unsicher sind, wo man nicht genau weiß, wo es weitergeht. Das Zitat stammt von Maya Angelou. Sie war Schriftstellerin und Bürgerrechtlerin an der Seite von Martin Luther King. Und Professorin war sie auch noch. Sie hat dieses Zitat geprägt. Hey, das ist ein guter Leitsatz. Rückblicken vergeben, nach vorne schauen, beten und am besten im Hier und Jetzt leben. Das ist es, worauf es ankommt. Nicht nachtrauern oder hoffen auf etwas, sondern jetzt leben und dankbar sein für das, was du alles hast. Ein klasse Gedanke. Mit dem gehe ich in diese neue Adventswoche und ich hoffe, dass sie dich auch ermutigt. Bis nächsten Montag wünsche ich dir eine gute Zeit voller großer und kleiner Advents-Gott-Seidank-Momente. Bis dann. Mit Sabine Langenbach